In diesem Video sprechen wir über verteilte Anwendungen und das WWW. Moderne Anwendungen sind sogenannte verteilte Anwendungen und netzwerkerorientiert. Das heißt, sie bestehen aus einzelnen Softwarekomponenten, die auf verschiedenen Rechnern in einem Netzwerk verteilt liegen. Die einzelnen Rechner in diesem Netzwerk kommunizieren dabei über Nachrichten. Ein gängiges Format für diesen Nachrichtenaustausch ist das sogenannte HTTP-Protokoll, über das wir uns später noch im Detail unterhalten. Auf der obersten Ebene, so einer netzwerkorientierten oder verteilten Anwendung, gibt es zwei Architekturmuster zu unterscheiden. Einerseits die sogenannte Peer-Peer-Architektur. Bei dieser Architektur gibt es keine Hierarchie und jeder Teilnehmer im Netzwerk ist gleichwertig. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese hierarchische Architektur oder beziehungsweise diese Hierarchie, wo es einerseits Clients gibt und einerseits eine spezielle Komponente, eben die Serverkomponente, die spezielle Dienste an die Clients anbietet. Schauen wir uns zunächst die Peer-to-Peer-Architektur an. Die generelle Idee dahinter ist, dass es eben Peers gibt, die gleichwertig sind und gleichwertige Teilnehmer in einem Netzwerk. Jeder Peer ist dabei zugleich Client und Server. Das bedeutet, ein Client oder ein Peer bietet eben Dienste an und nutzt zugleich auch Dienste. Es gibt dabei keinen Single Point of Failure. Das heißt, wenn ein Peer im Netzwerk ausfällt, fällt die gesamte Applikation dadurch nicht aus. Diese Eigenschaft nennt man Resilient. Die Peers können jederzeit das Netzwerk verlassen, beziehungsweise es können auch neue Peers im Netzwerk hinzugefügt werden. Das heißt, die Netzwerkstruktur wird dadurch sehr lebendig. Das bringt uns auch zu einer großen Herausforderung in diesen Peer-to-Peer-Netzen. Das heißt, diese sind sehr herausfordernd, wenn man sie programmieren muss. Ein Beispiel für ein Peer-to-Peer-Netz ist Bitcoin. Mit dieser Software oder mit dieser Applikation kann man Finanztransaktionen zwischen Peers austauschen. Dabei gibt es keinen Server und nur die Peers untereinander ermöglichen es, dass solche Transaktionen durchgeführt werden können. Schauen wir uns nun die Client-Server-Architektur aus. Das ist die klassische Architektur netzwerkorientierter Software-Systeme. Dabei ist es so, dass am Server die gesamte Verantwortung der Applikation liegt. Zumeist die Daten und auch die Logik. Und dieser gilt auch als Single Point of Failure. Wenn dieser ausfällt, ist die ganze Applikation ausgefallen. Das www basiert genau auf dieser Client-Server-Architektur. Beispiele oder populäre Beispiele für Client-Server-Applikationen sind Google, Amazon, Facebook etc. Die Client-Server-Systeme sind so aufgebaut, dass sie aus verschiedenen Schichten bestehen. Und diese verschiedenen Schichten können sowohl auf Client als auch auf Server verteilt werden. Man spricht dabei auch von einer Multi-Tire-Architektur. Wir sehen hier drei gängige Schichten, die eine Applikation ausmachen. Einerseits das User-Interface, einerseits die Applikationsschicht, wo sich die ganze Logik der Anwendung befindet. Und andererseits die Datenbank, wo eben die Rohdaten oder die Daten liegen. Auf der anderen Seite haben wir eben den Thin-Client, der eben nur aus dem User-Interface besteht. Und da auch nicht aus dem gesamten User-Interface, sondern nur aus einem Teil des User-Interfaces. Die Applikationsschicht und die Datenbankschicht liegt komplett am Server. Das andere Extrem finden wir im FAT-Client. Dabei ist das User-Interface und die Applikationslogik komplett im Client. Teile der Datenbank finden sich auch im Client, andere Teile finden sich eben am Server. Eine moderne Web-Applikation, eine sogenannte Single-Page-Application, wäre irgendwo schon in Richtung FAT-Client. Die Datenbank liegt zwar immer am Server, aber Teile der Logik liegen dabei auch im Client. Der Nachrichtenaustausch im WWW, in dieser Client-Server-Architektur, basiert prinzipiell auf dem HTTP-Protokoll. Dieses Protokoll besteht aus einer sehr einfachen Struktur. Es gibt einen Header, der Metadaten enthält und einen Body, der den tatsächlichen Payload, der zwischen Client und Server oder Server und Client ausgetauscht wird. Dabei ist es so, dass der Client immer Anfragen erzeugt und der Server immer diese Anfragen beantwortet. Die Aufgabe der serverseitigen Softwareentwicklung liegt prinzipiell darin, den Server so zu implementieren, dass die Anfragen des Clients sinnvoll über Antworten in Form von HTTP-Responses beantwortet werden. Schauen wir nun noch auf ein paar Details des HTTP-Protokolls. Dies ist generell zustandslos. Das bedeutet, einzelne HTTP-Nachrichten, die zwischen Client und Server gesendet werden, sind nicht in einem Zusammenhang zu bringen. Jede Nachricht steht für sich. Nur über Cookies, die nachträglich zum Protokoll hinzugefügt wurden, können sogenannte Sessions am Server erzeugt werden. Über diese Sessions können mehrere Requests, die in unterschiedlichen Zeitpunkten vom Client zum Server gesendet werden, eben in einen Zusammenhang gebracht werden. Das HTTP-Protokoll ist ein Application-Layer-Protokoll und nutzt das darunterliegende TCP-Protokoll, um eine sichere Verbindung zwischen Client und Server herzustellen. Für die nächste Version von HTTP, das HTTP-Protokoll 3, wird intendiert, dass es über UTP funktioniert, da dies einige Performance-Vorteile mit sich bringt. Generell ist der Board 80 der Standard-Board für HTTP, der Board 443 der verschlüsselte Board für HTTP, was auch unter dem Namen HTTPS bekannt ist. Wichtiger Aspekt noch, wenn man die Kommunikation zwischen Client und Server ansieht, ist es meist so, dass sogenannte Proxys zwischen Client und Server liegen, die auch das HTTP-Protokoll interpretieren und möglicherweise im Verlauf der Kommunikation abändern. Dies kann zum Beispiel genutzt werden, um Load-Balancing, Caching, Logging oder Filtern von einzelnen HTTP-Nachrichten durchzuführen. Fassen wir zusammen. Das WWW basiert auf der Client-Server-Architektur. Diese Client-Server-Architektur ist meist in Schichten aufgebaut. Jede Schicht hat eine einzelne Aufgabe, die eben entweder auf dem Client oder auf dem Server ausgeführt wird. Im WWW nutzen Client und Server das HTTP-Protokoll zum Nachrichten-Austausch. Das HTTP-Protokoll an sich hat eine sehr einfache Struktur. Es gibt einerseits den Header, der Metadaten enthält, und einerseits den Body, der den tatsächlichen Payload, der zwischen Client und Server oder Server und Client kommuniziert werden soll, enthält.